Was für eine Woche. Wir hatten letzte Woche die Zinserhöhungen der Notenbanken, vor allem EZB und FED. Wir hatten letzten Freitag den Arbeitsmarktbericht aus den USA. Wir sind mitten in der Berichtssaison der Unternehmen. Reden wir darüber. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Folge lautet Partystimmung. Wir haben Mittwoch, den 8. Februar. Der DAX notiert bei knapp 15.400 Punkten. Damit sind wir etwa noch einmal 200 Punkte höher als bei unserer Ausgabe letzte Woche. Mein Name ist Michael Winkler. Herzlich willkommen. Legen wir los. Wir beginnen mit unserem Chart der Woche. Ich habe Ihnen wieder etwas aus dem Sentimentbereich mitgebracht. Den schon allseits und lange bekannten Fear and Greed Index von CNN. Also der sogenannte Angst- oder Gierindex, der die Stimmung der Anleger messt. Was sehen wir? Wir sehen momentan einen Wert von 75. Dieser Index schwankt auf einer Skala zwischen 0. Das wäre die absolute Panik und 100. Das wäre die absolute Gier. Mit 75 haben wir den Bereich der extremen Gier bereits wieder erreicht. Daher die Überschrift für diese Seite. Die Gier ist zurück. Die Stimmung der Anleger ist euphorisch. Noch einmal zur Information. Dieser Fear and Greed Index besteht aus in der Summe sieben Teilkomponenten. Er misst unter anderem die Marktbreite, 52 Wochen hoch, das Put-Call-Ratio, Volatilität oder auch die High-Yield-Spreads. Der Index gibt neben der Aussage über die Stimmung der Anleger gerade in extremen Bereichen gute Kontraindikationen. Und die Situation heute ist eine völlig andere, als wir sie noch im September, Oktober hatten. Im September, Oktober war der Pegel nicht bei 75. Da waren wir im Bereich deutlich unter 20. Im Bereich der extremen Angst. Und Kontraindikation bedeutet, dass man sich sozusagen eigentlich dann genau entgegen der Stimmung dieser Anleger vielleicht verhalten sollte oder der Masse. Gerade an Extrempunkten. Also wenn alle extreme Angst haben, sind meistens die Kurse schon stark gefallen. Jeder hat verkauft oder ist vielleicht sogar short. Das könnte ein Hinweis auf gute Kaufgelegenheiten sein. Heute sieht die Sache ein wenig anders aus. Mit dem Erreichen wieder der extremen Gierzone und einer gewissen Euphorie der Anleger wird der Markt eindeutig wieder anfällig für Rückschläge. Allerdings, was man dabei berücksichtigen muss, dieser Index ist jetzt kein absoluter knallharter Timing-Indikator. Es kann durchaus sein, dass diese Euphorie, diese Gierstimmung noch einige Wochen anhält. Und vielleicht, da wir wie gesehen bei einem Wert von 75 angekommen sind, vielleicht steigt er sogar noch ein bisschen. Es zeigt aber vom größeren Bild an, dass wir inzwischen in einem Bereich angekommen sind, an dem die Märkte eher sorglos oder teilweise eben euphorisch reagieren. In Kombination mit auch dann zum Beispiel Chartanalyse, in dem wir beurteilen können, wie handeln denn die Märkte, wie verhalten sie sich, bekommt man sehr gute Signale. Und da muss ich sagen, es ist zumindest aktuell ein Warnsignal. Aber da wir letzte Woche in unserer letzten Ausgabe über die gerade erst erreichten Kaufsignale am amerikanischen Aktienmarkt gesprochen hatten und über eine generelle Stabilisierung der Weltaktienmärkte bedeutet das nicht, dass es jetzt sofort heruntergehen muss, sondern ich glaube, es ist eher ein Hinweis darauf, dass wir mit den Kursanstiegen, speziell seit September, Oktober bis heute, den größten Teil der Wegstärke nach oben wahrscheinlich schon hinter uns gebracht haben. Also die Anfälligkeit der Märkte steigt. Das war der Chart der Woche, der CNN Fear und Greed Index. Meine Zahl der Woche lautet 517.000 und das ist die Zahl des amerikanischen Arbeitsmarktberichtes, der letzten Freitag veröffentlicht wurde. Unter meiner Überschrift der US-Arbeitsmarktbericht explodiert, sehen wir, dass 517.000 Stellen neu geschaffen worden sind. Die Zahl an sich sagt erst einmal relativ wenig und auch die einzelnen Monate schwanken stark. Aber die Erwartung lag lediglich bei 189.000 neu geschaffene Stellen. Und zusätzlich wurde die Zahl des Vormonats noch einmal nach oben revidiert, nämlich von 223.000 auf 260.000. Als Ergebnis davon sinkt die Arbeitslosenquote auf 3,4 Prozent und das ist ein 54 Jahre tief. Und das ist eigentlich, und jetzt kommen wir zum Kern der Sache, nicht unbedingt das, was die amerikanische Notenbank sehen möchte. Die amerikanische Notenbank möchte mit ihren Zinserhöhungen die Konjunktur abkühlen, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Und der rote Pfeil auf der Grafik zeigte, dass wir seit letztem Sommer fallende Zahlen bei den monatlich neu geschaffenen Stellen sehen konnten. Und das ist genau das, was die Notenbank haben wollte. Wir waren letztendlich bei Werten inzwischen unter 300.000 angekommen. Dieser Anstieg jetzt auf über 500.000 zeigt, wie robust, wie eng und überhitzt der Arbeitsmarkt nach wie vor ist. Und da muss ich sagen, von Rezession bisher dort keine Spur. Und diese Zahl und diese Grafik, dieser Bericht, steht natürlich auch in völligem Widerspruch zu den fallenden Frühindikatoren, die ich in letzter Woche präsentiert habe. Wobei man natürlich berücksichtigen muss, die Frühindikatoren, wie der Name sagt, sind früh und zeigen schon auf die zukünftige Entwicklung. Also sie nehmen eine Entwicklung vorweg. Der Arbeitsmarktbericht ist ein sogenannter nachlaufender Indikator. Also der wird ganz am Ende reagieren. Aber auf den unter anderem schaut eben auch die amerikanische Notenbank. Und gerade diese Zahl war es, neben den Zinserhöhungen, die wir letzten Mittwoch und Donnerstag gesehen hatten. Also die amerikanische Notenbank, FED, hatte am Mittwoch die Zinsen um 0,5. Oh, Verzeihung, stimmt gar nicht. Es war ja die EZB. Also die FED hatte am letzten Mittwoch die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte erhöht, nämlich auf die 4,75. Die EZB am Donnerstag kam mit den 0,5 Prozentpunkten hinterher auf die drei, was die Märkte sehr gut verkraftet und verdaut hatten. Und dann kam eben der Arbeitsmarktbericht, der so gar nicht in die Richtung dessen passt, was die amerikanische Notenbank gerne sehen möchte. Insofern haben dann speziell am Freitag die Kapitalmärkte dann doch noch einmal relativ stark reagiert. Worüber reden wir mit den Kapitalmärkten? Wir reden heute vor allem über das Thema der Währungen. Letzte Woche hatte ich Ihnen zwei Dinge präsentiert, die wir aktuell mögen. Die eine Sache waren Fremdwährungen, also der US-Dollar und der Schweizer Franken und das andere war die niedrige Volatilität. Reden wir also über den US-Dollar. Das war es mit der Euro-Stärke als Überschrift. Relativ klare Ansage. Was wir sehen können, ist, dass letzte Woche, speziell am Mittwoch, Donnerstag, der Euro noch einmal zulegen konnte, bis auf Werte von rund 1,10. Das ist auch so da oben, diese rote Kurve oben drüber. Und dann mit dem starken Arbeitsmarktbericht aus den USA ist klar, dass Zinssenkungsfantasien, die die Anleger schon hatten, also ab wann wird denn die FED ihre Zinsen bereits wieder senken? Die werden enttäuscht damit, weil solche Daten werden die Notenbank dazu anhalten, ihre Zinsen entweder noch weiter zu erhöhen oder auf jeden Fall länger auf dem hohen Niveau zu lassen. Also der starke US-Arbeitsmarktbericht enttäuscht definitiv Zinssenkungsfantasien in den USA, was natürlich dann pro US-Dollar wirkt. Zusätzlich, wenn wir uns die Positionierung an den Terminmärkten anschauen, besteht seit einigen Wochen schon eine sehr, sehr hohe Zahl an Euro-Long-Positionen an den Terminmärkten. Unter anderem ein Treiber für die freundliche Euro-Entwicklung der letzten Monate. Auch das, vom Ausmaß her eine sehr hohe Positionierung, macht dann eventuell den Euro in dem Sinne anfällig. So, und wenn wir uns das Ganze noch charttechnisch betrachten, bei der Marke 1,10 ist letzten Freitag der Euro abgeprallt und es geht nach unten. Also nach unten für den Euro bedeutet nach oben für den US-Dollar. Und wenn wir dazu uns noch einen Indikator anschauen, ich habe im unteren Teil der Grafik den MACD-Indikator mitgebracht. Nicht nur, dass er schon seit Monaten immer wieder auf Short war, also Short Euro heißt eher positiv für den US-Dollar. Auch das Kursverhalten, auch dieses Indikators ist sehr aussagekräftig, weil die ganzen Kurshochs, die wir im Euro in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, also von 1 auf 1,05 auf 1,10, all das wurde von dem MACD-Indikator, ist ein trendvoller Indikator, wurde nicht bestätigt. Also fallende Hochs im Indikator, steigende Hochs im Euro. Auch das ist ein Warnsignal für die technische Verfassung dieses Chartbildes. Bedeutet für uns, neben der Kernaussage von letzter Woche, dass wir fremde Währungen, speziell eben auch den US-Dollar auf dem aktuellen Niveau mögen, bekommen wir jetzt zum allerersten Mal in den letzten Monaten auch eine charttechnische Unterstützung dazu. Wir glauben, wir haben bei rund 1,10 das Top für den Euro und damit das Tief für den US-Dollar auf Sicht der nächsten Wochen und Monate erst einmal gesehen. Bedeutet, Kurserholungen des Euros, also wir sehen ja hier in der Grafik, dass wir bei knapp um die 1,07 sind. Also das bedeutet auch nicht, dass jetzt der Euro fällt wie ein Stein, aber Kurserholungen dann eventuell auf 1,808, 1,09, eben aber unterhalb der alten Spitze sind dann Phasen, die sich speziell noch einmal zum Kauf von US-Dollar und Erhöhung von Fremdwährungsquoten eignen werden. Also mit dem, was eben letzte Woche berichtet wurde und mit dem, wie sich speziell jetzt die Währung verhalten hat, fühlen wir uns mit unserer Aussage pro US-Dollar noch einmal deutlich bestätigt. Und wenn wir beim Dollar bleiben, wir haben uns ja gerade den Euro-Dollar angeschaut, es gibt, das ist ja nur das eine Währungspaar, der Dollar handelt ja sozusagen weltweit gegen alle Währungen. Es gibt einen speziellen Index für den US-Dollar. Der Dollar-Index, ich nenne ihn auf Deutsch DXY, das ist ein Währungskorb der sechs größten Weltwährungen gegenüber dem US-Dollar. Also unter anderem der Euro ist drin, das britische Pfund ist drin, der japanische Yen ist drin und jetzt sehen wir diesen Chart sozusagen aus Dollarsicht, nicht mehr aus der Eurosicht. Bedeutet, wenn dieser Chart nach oben geht, dann steigt auch der Dollar oder wenn dieser Chart fällt, dann fällt auch der US-Dollar. Eben genau anders als gerade bei der Grafik mit Euro-US-Dollar. Und was sehen wir hier? Wir sehen zum einen ein Tief aus Mitte 2021 mit Werten von etwa 90, eine rasante Dollar-Aufwertung, die in dem Bereich von fast 115 im Index ging und eben seit September, Oktober eine deutliche Korrektur dieser Dollar-Stärke. Das heißt, der Dollar-Index ist gefallen von etwa knapp 115 bis eben letzte Woche Richtung 101. Damit hat er charttechnisch eine bedeutende Unterstützungszone erreicht und mit der Dollar-Stärke, speziell seit letzten Freitag, ist er dort nach oben abgeprallt, was diese Unterstützungszone in ihrer Aussagekraft noch einmal bestärkt und für uns auch hier aus der Gesamtsicht des Kursverhalten des Dollars auch gegenüber den anderen Währungen ist klar. Das war das Tief für den US-Dollar letzte Woche. Bei temporärer Dollar-Schwäche wird er noch interessanter, um ihn zu kaufen. So, soviel zu dem Thema Währungen. Bedeutet für uns zusammengefasst, dieses hektische Treiben der letzten Woche. Die Notenbanken haben planmäßig die FED auf 4,75, die EZB auf 3, die Zinsen erhöht. Allerdings hat sich besonders Frau Lagarde von der EZB sehr horkig mit der Ankündigung weiterer Zinserhöhung und zwar deutlicher Zinserhöhung aus dem Fenster gelehnt. Es wurde relativ klar kommuniziert, dass jetzt auf der nächsten Sitzung im nächsten Monat, im März, der Zins von der EZB von 3 wieder um ein halbes auf 3,5 erhöht wird und das wird wahrscheinlich nicht die letzte Zinserhöhung gewesen sein. Dazu kommt dieser explodierende Arbeitsmarktbericht in den USA, der zeigt, wie robust der Arbeitsmarkt immer noch ist. Auch der enttäuscht voreilige Zinssenkungsfantasien. Also ich kann nach wie vor nur die Äußerungen und die Warnungen der Notenbänke aus den letzten Wochen und Monaten immer wieder wiederholen. Wer glaubt, dass bald die Zinsen gesenkt werden, der wird sich relativ sicher stark täuschen und insofern ist eine Positionierung auf eine baldige Zinssenkung wahrscheinlich nicht die richtige. Um die Inflation zu bekämpfen, werden die Notenbanken, vor allem die EZB, die Zinsen auf ein Niveau treiben, was wir wahrscheinlich so nicht erwartet hatten und es wird doch etwas länger dort bleiben, bis wir wirklich die Inflation in den Griff bekommen. Und das wird normalerweise bedeuten, wir sehen die rezessiven Tendenzen, die wir momentan noch nicht sehen. Denn die Partystimmung der Anleger, also wie gesagt, die Kurse sind im Wochenverlauf ja noch einmal gestiegen, die Gier ist zurück, macht Märkte, eben speziell die Aktienmärkte, korrekturanfällig. Da aber wir momentan eine relativ starke Aktienmarktentwicklung sehen, eine relativ technische Verbesserung, wir sprachen letzte Woche über die Kaufsignale und eine generelle Verbesserung der weltweiten Indizes, bedeutet das nicht, dass die Märkte jetzt sofort stark abtauchen werden. Wir glauben aber, dass trotz dieser Stabilität der Aktienmärkte ein Großteil, Entschuldigung, ein Großteil des Kursanstieges bereits gelaufen ist. Also wenig weiteres Anschlusspotenzial für die Aktienmärkte. Wir sind der Meinung, dass der Euro mit den Kursen letzte Woche bei 1,10 zum US-Dollar seinen Top erst einmal gesehen hat, auch anfällig geworden ist, was eben Fremdwährungsquoten, speziell US-Dollar und auch den Schweizer Franken, sehr attraktiv im Portfolio macht. Ja, das war es von mir für heute in aller Kürze. Bedanke mich für Ihr Interesse, freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Eine schöne Restwoche wünsche ich Ihnen, Ihr Michael Winkler. Vielen Dank.